Ich glaube, ich lande mal oben. Ich gehe direkt ins Wohnzimmer, Wilma. Oh ja, hier ist ein M4. Hast du einen M4? Bei dir kommt einer. Ich bugge rum. Ich bugge. Ich kann nichts machen. Ich bin tot, glaube ich. Ich falle. Ich falle. Ich bin ausgenockt. Sauber. Sauberer erste Runde hier. Hat er dich geboxt? Nein, ich bin durch Fall gestorben. Weil ich rumgebackt bin. Ich brauche eine Waffe. Oh Gott. Brauchst du ein Cheekpad für den Karabiner? Ja, klar. Nimm erst mal mit. Ich muss mal hier gucken. Warte mal, war hier ein Step? War ich das? Vielleicht waren es meine? Ich bin auch kurz... Oh ja! Siehst du? Siehst du? Ein Nullet! Ey, dieser Camper. Wie er einfach um die Ecke gewartet hat. Ja, hier ist ein Zweiem. Hat er noch, Plustin. So, mein drittes First Aid geht jetzt raus. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Die First Aids Produzenten. Oh Mann ey. Hier ist noch eine frische Zweierweste. Also deine Ecke. Die fühlt sich so radikal an. Weißt du, wie ich meine? Die ist einfach zu stöberisch. Links von uns. Ja, schieß schon einer. Von oben am Hill. Sehe ich. Ghost hat gesmoked. Pass auf. Hat einen Hill, der obere. Nice, nice, nice. Der hat einen Hit. Wir close spotten. Ich glaube, sein Mate ist schon an der... Ich werbe mal eine Nate zum Richtung... ...Glaub. ...Warte. Wieder Richtung Stein gepiekt. Piek gleich wieder. Oh, einen ausgenockt. Nice, nice, nice. Ich hab sein Mate. Ich, ich, ich check sein Mate. Der ist am Stein. Den gerade nicht mehr. Weiß nicht, ob das sein Mate ist. Das ist locker sein Mate. Liegt aber gerade nicht. Der ist im Haus, oder was? Nee, der ist immer noch an der Ridge dahinter, an dem Hill. An dem Kaktusbaum quasi. Was? Du hast den, den Boden getroffen, glaube ich. Oh, das war meiner. Der Kopf getroffen. Oh. Ah. Fuyu's pool. Ja. Und gucken, was in diesem scheiß Crate drin war. Der MK-14. Ja. Das braucht wirklich keinen... Oh, hier ist Klaus. Irgendwo ist hier Klaus was. Ja, hier hinter. Ähm. Nee, hinter uns. Ja, dann geh du schnell looten und dann guck ich hier schon mal. Ich seh die, an einem Baum. Ah ja, ich seh die auch hinten am... Fuck. Oh, einer hat einen Hit am Auto. Da ist doch schon wieder... Ne. Der andere ist ausgenockt am Auto dran. Der Kopf ist doch wieder eine unsichtbare Wand. Der andere ist am Baum. Am Auto, am Auto, falls du den finishen kannst. An einem Baum. Hier liegt er jetzt an einem Baum. Liegt es von ihm. Siehst du ihn? Ja, ich seh ihn, aber ich kann ihn nicht hitten. Warte. Ich kann ihn auch nicht hitten. Shit. Ja, nice. Du hast ihn. Oder? Nee, nee. Nee, nee. Die wurden von mir anders getötet. Okay. Jetzt schon wieder komm. Ja, dann geh den schnell oben looten. Ich warte hier am Job. Ja. Mal schauen. Weißt du noch, wo der andere Job war? Der war hier... Ah ja, da oben. Nee, der auf oben. Mit der Auge. Shit, oh shit. Job, 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 job. Hast du einen Nate? Die wurden abgeballert. Was? Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Tittin. Habe ich, habe ich. Komm zu mir, kommt zu mir. Da kommt einer mit dem Auto. Komm hier rüber, komm. Ja, komm zu mir. Nein, oben vom Hügel. Schießen auch noch. Oh shit, das Auto hier. Oh Gott, oh Gott. Komm mal her, Spuny. Lass das Auto mal vorrollen. Moment. Ist fast down. Hab sie. Oh Gott. Oben vom Hügel schießt, glaube ich, auch noch was. Ja, Süden. Hätte nichts getroffen. Oh, war das jetzt mega knapp. Ey, wie viel hat der ausgehalten, bitte? Leon. Keine Ahnung. Du hast ihm den Wurst gegeben. Kommt einer auf den Zug, wo es schon hat 65? Sehe ich, sehe ich. Ah, das ist, glaube ich, ein Plep, du. Der weiß nicht von wo. Lol. Was ist das für ein? Nein. Oh, oben. Sehe ich, ja. Hat ein Hit? Noch nicht. Ist down. Wow. Mein Gott, was passiert hier schon mit dem Aspuny? Was passiert hier? Keine Ahnung. Die Zone drückt schon wieder. Guck dir das an. Ja, wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Mega Hammer. Er hat noch eine MK, natürlich. Ja, natürlich eine MK. Was sonst? Oh, Dreierhelm. Let's go. Ich habe alles, was ich wollte. Hat jemand einen Achter noch hier? Shit. Ich glaube nicht. Ich gehe noch mal kurz gucken. Vierer. Nee, leider nicht. Der hat nur ganz viel Fünfer hier. Ist nach hinten weggelaufen. Aber wir müssen weiter. Ja. Dann lass dich jetzt schon mal schnell in die Zone reinkommen. Ja. Oh, hier dieser Berg. Oha. Da hinten verlaufen laufen, oder? Ja, ist halt mega offen jetzt. Oh, hinten beim Drop. 145 am Auto. Hat einen Hit. Ist tot. Okay. Abgestaubt. Vielleicht können wir den Drop ja pushen und dann gucken wir nochmal. Das wäre unser dritter dann. Nach den beiden MK14 sind es. Ja. Ja. Noch sehe ich keinen. Oh, hier vorne aus dem Haus closed bei uns. Sehe ich nicht. Ah ja. Hat einen Headshot. Hat einen Headshot. Dreierhelm Headshot. Okay. Muss erst mal wegbecken lassen. Sonst die mal holen. Schnell. Ähm. Okay. Er fährt noch ein Motorrad. Kannst du pieken? Hast du einen Dreierhelm, ja? Ich habe einen Dreier, ja. Aber der piekt nicht, glaube ich. Doch, doch. Der steht links. Siehst du das an den beiden Doppelfenstern da? Oben, unten? Link. Hat einen Headshot wieder? Zweifelstern nebeneinander. No, down, 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 down. Sehr gut. Insta, ne? Hinten am Baum. Harry Potter Baum. Zwei Leute. Motorrad. Ja, ich sehe es. Einer hat einen Headshot. Ausgenommen. Der Openfield. Ist der letzte. Hat noch einen Hit. Oho. Go, Spoonie. Nein. Schieß, schieß, schieß. Was? Oh nein. Der heizt sich. Oho. Der ist down. Okay, dann lass es zum Drop. Hier ist noch ein Buggy. Hier kommt welche bei mir. Oh. Was geht hier ab, Mann? Haben wir abgehalten. Oh Gott. Die sind hier vorne ab bei mir. Spoonie. Ja. Sind die close schon? Dead. Nice. Die sind dead. Ey, der Typ im Buggy hat einen Hit von mir bekommen. Oh Gott, Leon. Was ist hier los? Was ist hier los gerade? Juni, wir nehmen einfach alles und jeden auseinander. Es gibt keine Erbarmen gerade. An dem Auto müssten die Dropsachen sein hier vorne. Wir müssen nur nochmal von hinten aufpassen. Wenn nichts dran pusht. Nimm mal das Ding hier ein. Diesen Chat kurz. Pass auf. Von Bendita kommen bestimmt noch welche, oder? Oder waren das die? Das war hier einer. Der hatte noch einen 8-fach Spoon. Oh ja. Du hast die eine 2er-Weste, wenn du haben willst. Äh, habe ich schon. Was macht der Typ da? Der zielt auf mich. Aber da liegt einer, ne? Von wo? Wo denn? Der liegt da einfach. Lost. Nice. Ja. Und sein Mate ist da hinten. Der hat sich auch schon gelegt. Ist sein Mate der Buggy-Fahrer? Ja. Ich weiß nicht, wie sein Buggy-Fahrer mein Headshot überlebt hat mit meinem Einzelhelm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wirklich nicht. Das funktioniert schon, ja. Wenn du den in den Nacken schießt, dann ist der Einzelhelm weg und dann... Ich muss mich mal kurz boosten. Oh, Klaus? Oder? Ich muss mich boosten, Spoonie. Du bist das. Okay. Oh, shit. Das hat sich gerade angehört, als wäre ja einer Klaus. Aber hier ist auch der Buggy von dem Typen, den ich vorhin getroffen habe. Also kann das sein, dass hier einer ist irgendwo. Das ist immer so dieser Bug, ne? Wenn du irgendwie was hinter dir hörst, dass das sich anhört, als wäre das vor dir. Ich würde mich auch mal voll boosten. Ist die Stadt da eigentlich noch drin? Oh. Ich nehme nur noch zwei. Ich will es mal gehen. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt doch hier auf die Steine hoch. Dann haben wir ein bisschen Highground. Ja. Mal gucken, ey. Was soll ich jetzt erstmal tun? Ja. Ich bin ja auch wieder runter. Ich bin ja erstmal was spoten. Ja. Wir gehen hoch. Dann auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht rumbuckt dann. Dass man so rumleckt. Ich bin schon aufgestorben wegen sowas. Jetzt, nein. Ich habe Bad Module. Nein, Leon. Nein. 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 Aber du bist nicht so offen. Es geht. Es geht. Es geht. Du schaffst es noch, Leon. Du bist in der Zone. Also alles gut. I hate me life. Spoonie beschützt mich gut. Ja, ich gucke ja schon. Beende doch endlich dieses Spiel. Beende es. Oh mein Gott, Leon. Bad Module. Guys. No. Du schaffst es, Leon. Es sind noch 14 Sekunden. Plus, dass die Zone dann auch erstmal ran muss. Und es sind eh nur noch zwei Leute. Also ich denke mal. Oh, wie offen das hier denn hier ist. Heilige. Go, Brandon. Go, ich habe es auf der SSD. Ich auch. Aber es bringt nicht viel. Die Zone kommt jetzt ran. Du brauchst nicht hin. Ja, ich finde das gut. Sauber, sauber, sauber. Oh Gott, ey. Ich bin in dieser Halle da locker. Ja, ich glaube auch. Aber die Halle, die ist nicht mehr drin. Ich glaube eher, dass sie unten in dieser kleinen Hütte sind. Die hier vorne noch ist bei uns, ne? Ja. Oder hier bei uns am Hügel irgendwo. Also vielleicht sind es auch zwei einzelne. Lass uns mal gucken, was die Zone macht. Sind ja eigentlich relativ gut. Die Hütte ist zu. Ja. Also ich glaube schon, dass da einer drin hockt. Ja. Jetzt ist Hütte auf. Jetzt ist Hütte auf. Hütte auf. Sehe ich. Okay, gut. Dann wissen wir. Ich pushe zum Baum. Ich pushe zum Baum. Ich versuche mir hier Deckung zu holen. Ich gehe rechts, ja? Dann gehst du links. Die müssen jetzt aus der Hütte gleich raus, also. Er hat sich bewegt. Ich habe sieben Nades. Let's go. Nades, 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 Nades. Nades gehen raus. Nades. What? Klappt die Köpfen nicht, aber. Wieso? Werden die nur so? Einer ausgenockt. Bombenzone. Wow. Alter Schwede. Nice Runde, Leon. Nice Runde. 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 Untertitelung des ZDF, 2020